Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum achten Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Nachdem wir uns in Teil 6 und 7 die GPIO Sensoren unter ESPHome näher angeschaut haben, möchte ich euch im heutigen Teil einmal zeigen, wie man geheime Daten wie zum Beispiel Benutzer, Passwort, API-Schlüssel oder ähnliches aus dem eigentlichen Code auslagern kann und zwar in eine Datei namens secrets.yaml. Die Datei werden viele schon aus Home Assistant kennen und ja es gibt sie auch in ESPHome. Da diese beiden Dateien vom Handling her ziemlich identisch sind, werde ich an dieser Stelle auch auf die Datei im Home Assistant eingehen, aber der größte Teil bezieht sich natürlich hier, da es natürlich auch das ESPHome Tutorial ist, auch auf ESPHome. Ich zeige euch aber im Anschluss auch noch, wie ihr eine Datei nur noch pflegen müsst und diese sowohl in ESPHome als auch in Home Assistant verwenden könnt. Also, bleibt gespannt, bleibt dran, wir legen auch direkt los. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar, als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen, legen wir auch direkt los. Wir befinden uns jetzt hier im Home Assistant und starten möchte ich mit der Configuration YAML von Home Assistant. Denn das Hinterlegen von Passwörtern und geheimen Schlüsseln ähnelt sich in ESPHOME und der Home Assistant Konfiguration, sodass ich mich entschlossen habe, diese beiden Themen in ein gemeinsames Video zu packen. Gerade die Configuration YAML ist natürlich voll mit Passwörtern, API-Schlüsseln und sonstigen Login-Informationen, die man eben nicht unbedingt mit anderen Leuten teilen möchte. Wenn man sich hingegen aber in Foren Hilfe sucht, dann ist man meistens gezwungen, seine Codepassagen entsprechend auch zu teilen. Dabei aber jedes Mal die Passwörter erst zu entfernen, ist nicht nur lästig, sondern man vergisst es auch gerne mal. Und hier schafft die Verwendung einer Secret YAML-Datei Abhilfe. Was genau das heißt, schauen wir uns jetzt einmal an. Nehmen wir zum Beispiel einmal hier den Recorder-Eintrag und hier seht ihr jetzt, wird eine MySQL-Adresse angegeben. Diese MySQL-Adresse beinhaltet den Benutzernamen, das Passwort und unseren Hostname wie auch den Datenbankennamen. Das sind natürlich alles Daten, die man in der Regel eben nicht teilen möchte. Wenn wir diesen Abschnitt jetzt aber irgendwo posten würden, hätte jeder Zugriff auf unsere MySQL-Datenbank. Netzwerkzugriff natürlich vorausgesetzt, aber da soll es jetzt erstmal nicht drum gehen. Wenn wir jetzt aber mal in Zeile 19 schauen, hier haben wir Authentication Providers und hier sehen wir API-Passwort. Heißt, hier wird ebenfalls ein Passwort hinterlegt, aber hier steht jetzt Ausrufezeichen Secret HTTP-Passwort. Und genau darum soll es in diesem Video gehen, denn hier wird das Passwort eben nicht in die Configuration YAML selber eingetragen, sondern es wird hier nur referenziert und das eigentliche Passwort steht in der Datei Secret.YAML. Und so haben wir die Möglichkeit, Passwörter oder generell geheime Angaben aus unserer Configuration YAML auszulagern und alle zentral an einer Stelle, nämlich in der Datei Secret.YAML zu hinterlegen. Neben der Eigenschaft, dass man so beim Copy-Paste in Foren nicht so schnell seine Login-Daten teilt, hat es ebenfalls den angenehmen Seiteneffekt, dass ich nur noch an einer Stelle meine Login-Daten pflegen muss. Das heißt, ich muss nicht mehr überlegen, gerade bei einer komplizierter aufgeteilten Konfiguration, in welcher Datei sich jetzt gerade dieser Login befindet, sondern wenn es um Login-Daten geht, ist direkt klar, dieser steht in der Datei Secret.YAML. Bevor wir uns das Ganze jetzt näher ansehen, werfen wir mal einen Blick in die Dokumentation. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Wie ihr hier auch noch einmal nachlesen könnt, hilft uns das Secret eben dabei, private Informationen aus der Configuration YAML auszulagern und sie zentral an einer Stelle zu verwalten. Schauen wir uns das Ganze hier einmal an. Hier sehen wir jetzt einen Beispieleintrag für unsere Konfiguration und hier wird als Plaintext ein Passwort hinterlegt. Möchten wir dieses Passwort hier jetzt aus unserer Konfiguration auslagern, dann müssen wir das Ganze mit Ausrufezeichen Secret und einem Identifier ersetzen. In diesem Fall wurde jetzt hier Ausrufezeichen Secret und als Identifier HTTP-Passwort verwendet. Das heißt, HTTP-Passwort ist jetzt quasi unser Schlüssel, unser Alias oder wie auch immer man es nennen möchte. Und unter diesem Namen wird jetzt unser Passwort in der Datei Secret.yaml hinterlegt. Die Datei Secret.yaml befindet sich im Config-Ordner unserer Home Assistant-Installation und diese sollte nichts anderes enthalten als Name-Value-Pairs, also immer ein Schlüssel, Doppelpunkt und dahinter den Wert. Und hier sehen wir jetzt auch HTTP-Passwort, also unser Alias oder Identifier, steht jetzt hier direkt zu Beginn der Zeile, gefolgt von einem Doppelpunkt. Das heißt, das HTTP-Passwort ist der Name unseres Passworts und hinter dem Doppelpunkt steht dann unser echtes Passwort. Das sehen wir hier auch nochmal hier oben bei unser echtes Passwort, your-Passwort und das finden wir jetzt in der Datei Secrets.yaml hinter unserem Identifier. Ja und mehr muss man an der Stelle eigentlich auch gar nicht beachten. Spielen wir das Ganze jetzt hier mal an einem Beispiel durch und zwar haben wir hier den Recorder-Eintrag mit db-url und diese MySQL-Adresse möchten wir jetzt auslagern in die Datei Secrets.yaml. Das heißt, ich schneide diesen Eintrag hier jetzt einmal aus und schreibe jetzt hier secret-Leertaste db-url und das hieße jetzt db-url ist jetzt der Identifier für unsere MySQL-Adresse des Recorders. Das speichern wir einmal und jetzt werden wir hier oben öffnen. Wir befinden uns im Config-Ordner und wechseln hier in die Datei Secrets.yaml. Hier seht ihr ein Beispiel, wie diese Datei aussehen könnte. Also immer einfach nur vorne den alias Doppelpunkt und dahinter den echten Wert, den wir in der Konfiguration verwenden möchten. Und wenn wir jetzt hier einen neuen Eintrag hinzufügen möchten, dann tragen wir jetzt in unserem Fall hier ein db-url, denn das war ja der Identifier, den wir hinter Ausrufezeichen Secret angegeben hatten. Und hier füge ich jetzt meine MySQL-Adresse ein. Wir sagen Speichern und sind auch schon fertig. Somit haben wir jetzt die MySQL-Adresse über den Namen db-url abrufbar gemacht. Und so können wir nun die Configuration YAML bedenkenlos teilen, denn diese enthält nun keine Zugangsdaten mehr. Man kann natürlich hier auch noch IP-Adressen und so weiter mit auslagern. Das würde aber nach genau dem gleichen Prinzip erfolgen. Soviel erstmal zur Datei Secret.YAML von Home Assistant. Kommen wir nun zu ESP Home. Auch ESP Home hat eine eigene Secret.YAML. Diese befindet sich im Config-Ordner, darunter gibt es einen Ordner ESP Home und hier finden wir ebenfalls eine Datei Secrets.YAML. Die Struktur von dieser Datei ist genau die gleiche. Wir haben wieder einen Identifier, dann den Doppelpunkt und dahinter unseren geheimen Schlüsselwert. Und auch in unseren ESP Home Projekten können wir diese Schlüsselwerte genauso verwenden wie in der Configuration YAML, nämlich mit Ausrufezeichen Secret. Das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal bei mir gesehen und zwar bei den WLAN-Daten. Denn SSID und Passwort habe ich jedes Mal mit Ausrufezeichen Secret WLAN-Passwort und Ausrufezeichen Secret WLAN-SSID ersetzt. Und wenn wir uns jetzt nochmal WLAN-SSID merken und nochmal in den Dateieditor springen, dann sehen wir jetzt hier WLAN-SSID und dahinter den WLAN-Namen. Der ein oder andere mag es vielleicht ganz praktisch finden, dass die Secrets von ESP Home und Home Assistant getrennt sind. Ich persönlich fand das immer ziemlich lästig. Denn das ein oder andere Passwort möchte man vielleicht an beiden Stellen verwenden und dann muss ich es einmal in der Config ESP Home Secret.YAML eintragen und zusätzlich nochmal in der Config Secret.YAML. Aber falls euch das genauso stört wie mich, gibt es da eine Abhilfe. Und zwar, wir können diese Einträge aus der Config ESP Home Secret.YAML einfach entfernen und schreiben jetzt hier Ausrufezeichen include Leertaste . 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 unserem ESP Home hatten, dass diese eben jetzt auch hier in unserer Config Secrets.yaml stehen. Und somit haben wir nur noch eine Datei, nämlich diese Config Secrets.yaml, in der wir Benutzer, Passwörter und ähnliche Schlüssel pflegen müssen. Das heißt, ich würde jetzt hier an dieser Stelle einfach die Passwörter einfügen und dann sehen wir schon, diese waren schon vorhanden, also müssen wir das an der Stelle gar nicht mehr machen, aber ansonsten müsstet ihr hier in der Datei einfach eure Schlüssel noch hinzufügen und wärt fertig. Diese ganzen Einträge stehen uns somit ab sofort im ESP Home auch als Secrets zur Verfügung. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, wäre der Punkt, im ESP Home selber haben wir die Möglichkeit, hier oben über diese drei Punkte den Secrets Editor aufzurufen. Dieser Editor erspart uns den File Editor, das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, direkt auf die Datei Secrets.yaml im Config ESP Home Ordner zuzugreifen. Dass es sich um die ESP Home Secret handelt, sehen wir auch noch mal daran, hier haben wir ja gerade eben diesen Include Eintrag hinzugefügt. Wenn wir mit diesem Include Eintrag arbeiten, benötigen wir diesen Editor natürlich nicht mehr, denn hier wollen wir ja gar nichts mehr ändern. Für alle, die die Dateien aber gerne getrennt halten möchten, wollte ich diese Möglichkeit an der Stelle wenigstens einmal kurz erwähnt haben. Wechseln wir abschließend noch einmal kurz in die Dokumentation und hier gibt es noch mal eine Besonderheit zu Secrets.yaml. Dieser Punkt betrifft jetzt nur noch die, die ihre Configuration YAML in mehrere Dateien aufgeteilt haben und ihre Dateien auch noch in Unterordnern strukturiert haben. ESP Home ist hiervon nicht betroffen, denn da haben wir die Konfiguration ja nicht in Unterordnern, sondern in der Regel eh nur eine einzige YAML Datei. Aber schauen wir uns diesen Fall noch eben an. Und zwar werden die Secret YAML Einträge immer in folgender Reihenfolge gesucht. Als erstes wird im gleichen Verzeichnis der YAML Datei nachgeschaut, ob hier eine Secrets.yaml existiert, wenn ich mit Ausrufezeichen Secret auf einen Secret Wert zugreifen möchte. Anschließend, wenn dort keine Secrets.yaml gefunden wird bzw. kein Schlüssel dafür in der Secrets YAML gefunden wird, danach wird der Parent Ordner, also das übergeordnete Verzeichnis entsprechend nach einer Secrets YAML mit dem entsprechenden Secret durchsucht. Das Ganze geht so weit rauf, bis er im Config Ordner angekommen ist, wo auch die Configuration YAML abgelegt ist. Wenn er auch da keinen Schlüssel findet, dann erhalten wir eben auch keinen Wert. Das wiederum heißt, wir sind in der Lage, für Unterverzeichnisse unter dem gleichen Schlüsselwort abweichende Passwörter zu hinterlegen. Wechseln wir dazu nochmal ins Home Assistant in den File Editor. Und wenn wir jetzt hier einmal runterscrollen, dann habe ich hier mal einen Sensor-Testeintrag angelegt. Und zwar mit einem Region Name, den ich jetzt in die Secret YAML auslagere. Als Alias gebe ich jetzt hier dwd-region an. Wir wechseln in die Datei secrets.yaml. Hier sage ich jetzt auch wieder dwd-region und füge meinen Schlüssel hier ein. Wir sagen speichern. Und somit würde jetzt in der Configuration YAML an dieser Stelle mit Ausrufezeichen secret-dwd-region der Schlüssel aus der Secret Datei des Config Ordners eingelesen. Ich denke, soweit ist das klar. Das ist ja genau das gleiche, was wir hier oben mit der MySQL Adresse auch gemacht haben. Jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Ich habe meine Sensoren alle in einem Unterverzeichnis Sensors ausgelagert. Wenn wir uns das einmal anschauen, sehen wir auch hier, habe ich Wetterwarnungssensoren hinterlegt. Gehen wir also jetzt mal auf den Wetterwarnungssensor Kassel. Und hier sehen wir, haben wir ebenfalls Region Name und den Schlüssel. Und wenn ich jetzt hier sagen würde Ausrufezeichen secret-dwd-region, würde hier an dieser Stelle im Unterordner Sensors aktuell der gleiche Wert geladen wie in der Configuration YAML. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, hier im Ordner Sensors eine neue Datei secrets.yaml anzulegen, sage OK, öffne diese Datei und schreibe jetzt hier dwd-region, Doppelpunkt, und trage hier eine andere Zahlenfolge ein und sage Speichern. Und dieser Eintrag, der sorgt jetzt dafür, dass in unserer Datei Wetterwarnung.kassel mit genau dem gleichen Eintrag wie in der Configuration YAML hier über dwd-region eben nicht mehr unser 80666 und so weiter Schlüssel geladen wird, sondern eben der Secret-Eintrag aus der Datei secrets.yaml im gleichen Verzeichnis. Also 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Und mit diesem Vorgehen haben wir eben die Möglichkeit für Unterordner abweichende Konfigurationen zu hinterlegen und das basierend auf den gleichen Schlüsselwerten oder Identifiern wie auch in der Configuration YAML. Die Schlüssel aus den Unterordnern, also zum Beispiel in dem Fall jetzt aus config Sensors secret.yaml, würden aber mit unserem bisherigen Vorgehen jetzt nicht in ESP Home zur Verfügung stehen. Denn wenn wir noch einmal schauen, wir haben hier im ESP Home in der Datei secrets.yaml explizit gesagt, er soll die Datei .secrets.yaml angeben. Mit . . sagen wir eben einfach, er soll den übergeordneten Ordner verwenden. Also nicht ESP Home, sondern im Config Ordner die Datei secrets.yaml laden. Wenn wir jetzt hier noch weitere secret.yaml Dateien verwenden möchten, dann müssten wir jetzt zum Beispiel noch einmal sagen Ausrufezeichen include.leertaste.esphome.secrets.yaml. Ich denke aber, dass secret Dateien in Unterordnern eher Spezialfälle sind und insofern werden diese auch höchstwahrscheinlich in ESP Home eher nicht verwendet. Ich wollte es nur noch einmal eben kurz erwähnen, dass diese hier durch diesen Eintrag nicht automatisch mit in ESP Home zur Verfügung stehen. Ja, so viel zur Datei secrets.yaml. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, natürlich auch ESP Home, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen in Teil 9 wiedersehen würden. Denn da sehen wir uns an, was Template Binary Sensoren sind und wie ich sie in ESP Home verwende. Bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach, bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Ciao!